Herzlich Willkommen in der Praxis Dr. Thomas Pilz. Unter dem Motto ganzheitlich gesund und schön beschäftigen wir uns mit einer Vielzahl von Anwendungen. Die Hauptschwerpunkte liegen sicherlich dabei im Bereich der Orthopädie-Technik, der Kosmetik und der Massage. Ergänzt werden unsere Angebote mit einer Vielzahl apparativer Anwendungen, zum Beispiel Hydrojet, Vitalfeldbehandlung oder EMP. Ein wichtiges Thema in der heutigen Zeit ist sicherlich die Gesundheitsprävention, gerade in diesem Bereich erweitern wir ständig unser Angebot. Es würde uns freuen, Sie hier bei uns begrüßen zu dürfen.